Wir haben auch mit der DFL darüber gesprochen, natürlich und die DFL hat auch gesagt, das ist der völlig richtige Weg, geht den mit der UEFA, geht den so mit Alexander Severin und das hat sich für uns gut angefühlt und das fühlt sich auch retroperspektivisch gut an. Sonst könnte ich auch sitzen und sagen, nee, das war richtig scheiße, was wir hier gemacht haben und das sehen wir nicht so, sondern wir haben auch überlegt und ich finde das überhaupt nicht schlimm zu sagen, wenn auch der Trainer gesagt hat, ob Boykott das Richtige ist. Ja, das waren Gedanken, die wir hatten. Entschuldigung, wir haben uns nicht tagtäglich mit einem Krieg beschäftigt und welche Auswirkungen das alles hat und das waren, wir sind Sportler hier. Natürlich haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung als Fußballklub und ich glaube, dass wir die hier in Leipzig sehr wohl sehr wahrnehmen in ganz, ganz vielen Bereichen und in ganz, ganz vielen Facetten. Aber es ist am Ende hier Sport und die Idee zu sagen, der Sport verbindet und beim Boykott betrifft man die Richtigen, dafür müssen wir uns nicht schämen, dass das Gedanken waren, die wir am Anfang hatten, die wir dann natürlich ein Stück weit revidiert haben. Aber ich sitze nicht hier, um mich dafür zu entschuldigen, sondern das waren Gedanken, die hatten wir und die waren völlig okay zu dem Zeitpunkt. Und die haben wir dann, und das ist nicht wankelmütig, sondern die haben wir dann halt einfach nochmal neu bewertet. Und mit der neuen Bewertung sind wir dann zu der Erkenntnis gekommen, Freitagnacht, nee, so kann das nicht funktionieren. Und dann sind wir diesen Weg gegangen und der war für uns der richtige Weg. Und jetzt wollen wir das hinter uns lassen und uns natürlich auf die anstehenden Spiele konzentrieren und hoffen, nämlich, das ist ja auch noch so ein Thema, wir kriegen überall Kritik. Wissen Sie, welche Kritik ich mir mal gefragt, welche ich mir, wenn ich Journalist wäre, ich hätte mal gefragt, warum findet dann überhaupt noch ein Fußballspiel jetzt gerade statt, wenn Krieg ist? Das ist doch mal die Frage. Warum findet dies statt und jene statt? Das sind ja erstmal Fragen, also die habe ich nicht gelesen. Die könnten wir uns vielleicht dann auch eher nochmal alle stellen. Die müssten sich ja dann mal alle stellen, ob wir dann in der jetzigen Situation überhaupt Fußballspiele spielen können. Also beim Spiel bis zum 1-0 an Bochum war eine tolle Stimmung. Da hat man nicht gespürt, dass die Welt gerade still steht und die Welt sich komplett verändert. So und deswegen, und hier gibt es auch nicht richtig und nicht falsch. Das ist eine Situation, mit der wir uns so nie befasst haben. Alle anderen Kriege sind weit weg. Das ist ja nicht der einzige Krieg. Die nehmen wir dann immer so mal zur Kenntnis, wenn wir dann morgens die Nachrichten anschauen und irgendwie mal kurz in der Süddeutschen oder der FAZ oder wo auch immer. Mal kurz durchblättern, was dann sonst noch so auf der Welt passiert, in denen, weiß ich nicht, 18 oder 20 anderen Kriegen. Das ist jetzt hier natürlich vor unserer Haustür und deswegen macht uns das natürlich alle viel mehr Angst und viel mehr betroffen. Aber die Frage, ob jetzt RB Leipzig ja nur dem Geld hinterher ist, so ein Schwachsinn, das ist natürlich für mich nicht die richtige Frage. Die Frage wäre, die man mal grundsätzlich stellen muss, wenn uns das nämlich alle so betroffen macht, können wir denn dann überhaupt Fußballspiele spielen? Oder müssten wir dann vielleicht auch mal sagen, wir können gar keine Fußballspiele spielen, weil es ist jetzt gerade Krieg. Aber die Frage habe ich weder bei den elf Freunden noch sonst wo gelesen.